In der heutigen News-Folge geht es um keine Reifentests mehr im freien Training, Stroll kurz vor 1. Martin-Übernahme, Hamilton vor Vertragsverlängerung, Alonso und McLaren gegen getrennte Wege, Sean Bridges verlässt Liberty Media. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach dem völlig fehlgeschlagenen Reifentest von Austin hat Pirelli angekündigt, in Zukunft keine Reifentests mehr im freien Training eines Grand Prix Wochenendes testen zu lassen. Das Feedback von Austin war sehr negativ. Die Fahrer hatten sich über weniger Grip beschwert, aber die Strecke in Austin war aber auch sehr kalt. Nach dem Reifentest in den USA kam noch einer nach dem Abu Dhabi Grand Prix. Der fiel zwar positiver aus, aber dennoch hatten sich die Teams gegen die 2020er Variante der Pirellis entschieden. Aber Mario Isola könnte sich vorstellen, im Training neue Mischungen zu testen, aber der Trainingszeitplan sei zu knapp. Die Teams müssten einen Kompromiss eingehen und sie testen ja auch neue Teile für ihre Boliden. Anfang Dezember kam das Gerücht auf, dass Lawrence Stroll Aston Martin übernehmen wolle. Jetzt wird die Sache konkreter. Laut dem US-Finanzberater Bloomberg soll der Kanadier angeblich kurz davor sein, den britischen Sportwagenhersteller zu übernehmen. Im Raum stehen dabei eine Summe von 200 Millionen Pfund bzw. 235 Millionen Euro. Eine Entscheidung wird es noch in diesem Monat geben. Es gab neben Racing Point noch einen weiteren Interessenten, nämlich der Lotus- und Volvo-Eigentümer Zhejiang Gili. Aber die Verhandlungen wurden eingestellt. Die Finanzgruppe rund um Stroll erklärte, dass sie zur Finanzierung der Teileproduktion 400 Millionen Pfund bzw. 470 Millionen Euro benötigen. Gestern ist ein weiteres Gerücht aufgetaucht. Lawrence Stroll und Toto Wolff wollen ab 2021 den Mercedes-Betrieb übernehmen, da Mercedes möglicherweise aus der Formel 1 ausscheiden könnte. In den letzten Wochen gab es vermehrt Gerüchte über Lewis Hamilton und einen möglichen Wechsel 2021 zu Ferrari. Die Gazette de la Sport hat am Freitag darüber berichtet, dass die Verhandlungen zwischen ihm und Mercedes über einen Vertrag bis 2022 weit fortgeschritten sind. Sein Gehalt wird pro Jahr inklusive Prämien auf 45 Millionen Euro dotiert. Sein aktueller Vertrag geht noch bis Ende diesen Jahres. Fernando Alonso und McLaren gehen getrennte Wege. Der Spanier war nach seiner Fahrerkarriere 2018 als Markenbotschafter beim britischen Traditionsteam angestellt. Der Vertrag endete am 31.12.2019 und keiner der beiden wollte eine Verlängerung des Vertrages. Vieles deutet darauf hin, dass Alonso beim Indycard-Team von Andretti unterschreiben wird, um beim Indy 500 dabei zu sein. Er hatte vor elf Tagen selbst noch gesagt, dass er versucht, dieses Jahr etwas Wichtiges für die Indy 500 mit dem bestmöglichen Team unter den bestmöglichen Bedingungen zu gewinnen. Er hofft, dass bald etwas geschlossen wird und man in der Lage ist zu kommunizieren. Das Aussteigen bei McLaren bedeutet keine vertraglichen Beschränkungen für eine Unterschrift bei einem anderen Formel 1-Team. Sean Bridges wird den Posten als kommerzieller Direktor am Ende diesen Monat verlassen. Als Liberty Media vor drei Jahren in die Formel 1 einstieg, bekam er diesen Posten. Er wird weiterhin in dem Sport bleiben und den Posten als Berater aus den USA besetzen. Er hatte drei Dinge geschafft, die da wären. Die Wiederkehr des Niederlande Grand Prix in Sandford, Neueinstieg des Vietnam Grand Prix in Hanoi und das Einführen einer E-Sports-Meisterschaft sowie ausführender Produzent der Netflix-Serie Drive to Survive. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Kommen wir zu Mikes Meinung. Der missratene Reifentest in Austin und was Pirelli in Zukunft vorhat, sehe ich genauso. Das mit Aston Martin und Story kann ich mir mittlerweile ziemlich gut vorstellen. Ich glaube sogar, dass wir einen British Racing grünen Boliden sehen werden, genauso wie 2017 als BWT das damalige Force India Team supportete und der Boliden rosa war. Lewis Hamilton gehört einfach in den Mercedes und nicht in den Ferrari. Ganz einfach. Dass Alonso und McLaren getrennte Wege gehen, hat mich doch überrascht. Ich bin davon überzeugt, dass er für Andretti bei den Indy 500 an den Start gehen wird. Die Frage ist nur, solltest du einen möglichen Formel-1-Comeback kommen? Mit welchem Team soll er an den Start gehen? Bin mal gespannt, wer der Nachfolger von Bridges wird. Auf jeden Fall, danke für die Arbeit. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Lennart Jung. Er schreibt Wenn Hockenheim nicht wieder zurückkommt, dann können sie doch in Berlin fahren wie die Formel E. Das folgende ist geraten. Laut Reglement muss eine Formel-1-Strecke, abgesehen von Monaco, mindestens 3,5 Kilometer lang sein und die Formel-E-Rennstrecke von Tempelhof verfügt meines Wissens nach nicht über die nötige Sicherheit, um dort ein Rennen auszutragen. Außerdem spielt die Finanzierung auch eine entscheidende Rolle. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.